Wie man die Herausforderung der Integration von Geflüchteten erfolgreich angehen kann, hat die GEWO-Bag Berlin gezeigt. Mit dem Projekt Vielfalt entwickeln, setzt sich die städtische Wohnungsbaugesellschaft für Integration von Geflüchteten und ihre Einbindung in die Arbeitswelt ein. Das Ziel, Integration durch Ausbildung, Praktika und Arbeit. Wir haben seit 2015 in der Entwicklung und in der Einstellung von Geflüchteten als Auszubildende, beziehungsweise für solche vorbereitenden Maßnahmen und Leistungen, es geschafft, eigentlich einen Spiegel unserer Kundschaft eben auch ins Unternehmen reinzuholen. Der zentrale Ansatz für uns ist gewesen, dass wir gesagt haben, man kann einen Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder einem anderen Land am besten die Chance auf eine Integration geben, indem er mit Menschen aus unserem Kulturkreis zusammenarbeitet. Damit wird nicht nur die Diversität im Unternehmen gesteigert, sondern auch soziale Verantwortung übernommen und das Gewinnen von Fachkräften gefördert. Hierfür baute die GEWO-Bag zusätzliche personelle Ressourcen und ein internes Paten- und Mentorenprogramm auf. Es entstanden Sprachtandems und Förderunterricht durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zusätzlich erstellte die GEWO-Bag ein fünfstufiges Integrationskonzept vom Infotag über Praktikum, Einstiegsqualifikation und Ausbildung bis zum Arbeitsvertrag. Ich finde, ein Erfolgskriterium ist, dass wir weder bei den Praktikanten noch denen wir eine Einstiegsqualifizierung hatten, Abbrecher haben. Eine systematische Weiterentwicklung und Öffnung des Projekts für weitere Zielgruppen sind geplant. Dafür erhält die GEWO-Bag bei den BWU Zukunfts-Awards 2018 den ersten Preis in der Kategorie Gesellschaften.